Die Initiative zwingt die Nationalbank, neues Geld ohne Gegenwert in Umlauf zu bringen. Die Nationalbank gerät damit unter enormen politischen Druck. Richtig ist, die Nationalbank zahlte schon immer 1 bis 2 Milliarden pro Jahr an Bund und Kanton aus. Sie war schon immer politischen Druck ausgesetzt und ließ diesen an sich abprallen. Vollgeld ändert hier nichts. Die Nationalbank ist von der Regierung unabhängig wie die Justiz. Ein politischer Auftrag vom Parlament oder Bundesrat an die Nationalbank neues Geld zu schaffen, ist deshalb rechtlich ausgeschlossen. Die Politik kann der Nationalbank nicht dreinreden. Sie ist allein der Verfassung und dem Gesetz verpflichtet, welches vom Parlament demokratisch beschlossen wird. Das Parlament wiederum wird von uns Bürgern demokratisch gewählt. Das ist demokratische Kontrolle. Das kann die Sanfte der Welt einschNS bearieren. Vielen Dank.